Hallo und herzlich willkommen zu meinem allerersten YouTube Video. Ich bin Laura, ich bin zehn Jahre alt und ich komme aus Neurad. Und ich habe mit YouTube angefangen, da ich so viele YouTuber einfach richtig cool finde. Und ich möchte auch mal YouTube haben. Und ich hoffe, euch gefallen, meine Videos. Viel Spaß bei dem Video. Ich bin Laura und hallo... Ich bin Laura. Herzlich willkommen zu meinem zweiten Video. Ich bin zehn Jahre alt und drehe ein Video. Ich habe mit YouTube angefangen, weil... Ja, herzlichen Willkommen. Au. Hallo und herzlich willkommen zu... Jo Leute, was geht ab? Das ist mit meinem ersten Video. Hoffentlich hat es euch gefallen.